Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 2. April 2022. Es ist ein neues Produkt in die Läden gekommen. Die BWBA-Lutscher sind seit heute erhältlich. Auf den BWBA-Lutschern befindet sich ein wildes Gesicht von BWBA. Eine Kundin namens Eiswädchen sagte über die Lutscher, aber egal, wie oft ich daran lecke, ich kriege immer nur das Gesicht von BWBA zu sehen. Das ist mir auf Dauer zu langweilig. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Jetzt bin ich ein wenig besorgt. Das ist doch mal eine lehrreiche Meldung. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pepper Lohl, der 2. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.